Digga, was ist denn hier los? Warum kommen die alle hier hoch? Ist hier die Königin? Oh, Digga, hier ist die Königin! Hier ist der Bienenschwamm drin, den wir gestern gefangen haben. Der Moment der Wahrheit. Eins, zwei, drei. Uh, Bruder! Der Bienenschwamm hat jetzt eine nach dem Schwarmfangkasten gechillt. Und jetzt habe ich den hier auf dieses Einlaufbrett gekippt. Und jetzt laufen die alle von alleine in ihr neues Zuhause rein. Hoffe ich. Das Wichtigste ist ja immer, dass die Königin mit reinkommt. Weil die ja alle der Königin folgen. Hier hinten, wo der Schwarmfangkasten stand, ist ein bisschen Chaos jetzt. Weil die nicht mehr wissen, wo ist ihr Kasten hin. Vielleicht checken sie es, wenn ich sie direkt hinbringe. Hier bildet sich schon wieder auch eine kleine Schwarmtraube. Moin! So krass, Digga. Alle rein in die neue Bude, alter Bruder! Tschüss! Gucken wir doch mal, wie es drinnen gerade.